Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich Willkommen zu meiner Filmbewertung von den Filmen 65 oder 65. In diesem Film geht es um Commander Mills, gespielt von Adam Driver, den man aus den neueren Star Wars Filmen kennt, der ein Erkundungsschiff zwei Jahre lang steuern soll. Und ja, er hadert zwar ein bisschen damit, weil er muss zwei Jahre seine Familie, seine Frau und seine Tochter halt hinter sich lassen. Aber nimmt dann doch an und fliegt dann dieses Raumschiff mit mehreren Passagieren, die in Kryostase, also in Kältetiefschlaf sind, dann von A nach B. Dann gibt es aber durch einen, ja, Meteoriten, Schwarm, ein paar Beschädigungen an dem Raumschiff und sie stürzen auf einen fremden Planeten. Beziehungsweise für die fremd, für uns bekannt, denn Commander Mills kommt nicht von der Erde, sondern von einem anderen Planeten. Also ist er theoretisch ein Außerirdischer und strandet auf der Erde 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Ja, und das Schiff ist, ja, sagen wir mal, eigentlich ein Komplett-Schrott und bis auf so Kleinigkeiten funktioniert fast gar nichts mehr an dem Schiff. Aber er hat ein bisschen, ein paar Tools an der Hand und versucht ein paar Überlebende zu finden aus den Kryostase-Kammern. Und findet tatsächlich auch eine, nämlich Koa, gespielt von Ariana Greenblatt, die man zum Beispiel aus Bad Moms 2 kennt. Er verschweigt ihr, dass ihre Eltern, die auch in Kryostase waren, tot sind und nimmt sie erstmal unter seine Fittiche und sie versuchen dann eine Art andere funktionierende Rettungskapsel zu finden, die auf einem anderen Teil des Schiffes auf einem Berg ist. Die hoffen, dass die Kapsel funktioniert und versuchen sich dann durch das ganze Szenario zu schlagen, denn viel haben sie nicht zur Auswahl an Waffen, denn sie haben, glaube ich, ein Gewehr, wenn ich mich richtig erinnere, und ein paar, ja, sagen wir mal, Granaten in Mini-Format. Und, ja, das war's eigentlich auch schon, was die an Waffen nahmen. Ansonsten haben die noch so ein Gerät, wo sie zum Beispiel Lebensmittel und Wasser checken können, ob es giftig für sie ist oder ob es genießbar ist. Zum Beispiel gab's da so diverse Beeren, die haben die da reingetan und haben dann gesehen, äh, die solltest du besser nicht essen. Und, ja, schlagen sich dann durch das ganze Dickicht und sehen dann ein paar Dinosaurier und nicht nur die netten, sondern auch, ähm, die bösen Viecher. Und, ja, ihre Mission ist es halt, diese Rettungskapsel zu erreichen und dann irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Ja, also ich muss sagen, der Film, ich hatte keine großen Erwartungen an den Film gehabt, obwohl Adam Driver ein hervorragender Schauspieler ist. Aber, ich wurde positiv überrascht. Der Film hat viel Gutes, aber er hat auch Chancen liegen lassen. Kommen wir erstmal zu den guten Sachen. Es war endlich mal ein Film, mal wieder, der nicht komplett im Greenscreen gedreht wurde oder vor oder hinter einem Greenscreen gedreht wurde. Das waren tatsächlich, das sah mir tatsächlich nach einem echten Wald aus und das sah mir auch nach, ähm, alles so aus, wie es, ähm, wie man sich das damals auch vorstellen konnte. Und auch die Dinosaurier, die da waren. Meine Fresse, ey. Also, bei Jurassic Park sahen die ja schon krass aus. Aber da sahen die nicht nur krass, sondern auch teilweise echt fies aus. Also, die haben da manchmal so ein paar Viecher dabei gehabt, wo man dachte, okay, euch habe ich zwar schon mal gesehen, aber ihr seht ein bisschen anders und echt fies aus. Auch, ähm, was auch positiv ist natürlich, ähm, auch die, die Adriana oder Ariana, die hat ihren Job auch echt gut gemacht. Muss ich echt sagen. Also, für das es eigentlich hauptsächlich eine Interaktion zwischen zwei Showspielern waren, hat es echt Spaß gemacht, den beiden zuzugucken. Und man konnte auch teilweise echt mitfiebern. Also, schlecht war der Film definitiv nicht. Aber er hat auch Chancen liegen lassen. Zum einen gab es ein paar, weiß ich nicht, ähm, Dialogfehler, kann man vielleicht sagen. Denn, der Commander Mills kommt ja nicht von der Erde, sondern von einem anderen Planeten. Und trotzdem hat er die Dinosaurier als außerirdisch bezeichnet. Ist für ein kleiner Detailfehler, aber mir ist es halt aufgefallen. Und was, und die Koa, die konnte nicht die Sprache von Commander Miles, obwohl die auch vom selben Planeten kommt. Gut, das ist ja noch okay. Okay, aber, ähm, war denen wahrscheinlich zu umständlich gewesen, dass beide irgendeine andere Sprache sprechen und dann alles per Untertitel und per Handzeichen zu machen, wahrscheinlich. Aber, ja gut. Kann man machen, hätte man vielleicht mit Untertitel auch machen können, wäre es vielleicht ein bisschen authentischer gewesen. Aber für die einen oder anderen Zuschauer vielleicht zu anstrengend, die ganze Zeit Untertitel zu lesen oder sich die Zeichensprachen oder sowas anzugucken. Aber man muss echt sagen, ähm, man hätte da wirklich noch ein bisschen mehr rausholen können. Also, es gab da so ein paar Situationen, wo es echt gute, richtig gute Jumpscares gab. Ein paar Sachen, wo man dann halt schon gedacht hätte, es kommt da jetzt ein Jumpscare, also da passiert jetzt gleich irgendwas. Aber die, die überraschenden Jumpscares, die waren wieder richtig gut gewesen. Was aber nicht ganz so gut war, meiner Meinung nach, war so, ja, dass die Dinosaurier ein bisschen, also gerade so die kleineren, fiesen, bisschen zu leicht zu überwältigen waren von der kleinen. Die muss, obwohl die schon richtig, ähm, fiffige Ideen hatten, hätte ich mir schon gedacht, also an manchen, an der einen oder anderen Stelle, ich weiß nicht, ob ein Dinosaurier die nicht schon längst getötet hätte. Aber egal, für die Spannung des Films hat es absolut keinen Abbruch getan. Also, der Film hat richtig gute Spannungsbögen, dann wird es mal ein bisschen ruhiger, dann wird es wieder ein bisschen actionreicher. Zwischendurch gibt es auch sogar ein bisschen was zu lachen. Also, der Film hat echt gute Momente, muss ich echt sagen. Und, ähm, wie gesagt, die Interaktion zwischen den beiden ist richtig gut. Und, welcher Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Also, Adam Driver braucht mal nichts zu erzählen, ist wirklich ein Ausnahmetalent an Schauspielern. Das hat aber den neueren Star Wars Film definitiv bewiesen. Und auch Ariana Greenblatt, also da bin ich echt mal gespannt, wo die in nächster Zeit noch aufschlagen wird. Auch ein sehr interessantes Talent, was Schauspielerei angeht. Und ja, wie gesagt, also was wirklich jetzt vorzuheben ist, es ist mal wieder ein Film ohne Greenscreen. Das ist schon mal richtig gut. Alles wurde tatsächlich wohl so aus seinem Wald gedreht, was mir auf jeden Fall schon mal gefallen hat. Weiß ich nicht. So langsam wird mir zu viel vom Greenscreen gedreht und Sachen, die eigentlich gar nicht vom Greenscreen gedreht werden müssten, werden trotzdem dort gedreht. Weiß ich nicht, ob das am Budget liegt oder so oder an Zeit oder was auch immer, aber ja, das war wenigstens mal ein Film, der mal wieder in eine andere Richtung geht, was mir sehr, sehr positiv gefallen hat. Und ja, auch der ganze Film, der war echt nicht schlecht. Wie gesagt, ein paar Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben, so ein paar Detailsachen einfach. Aber trotzdem, ich gebe den Film, ja, so drei bis vier kann ich ihn auf jeden Fall geben. Also, der ist echt nicht der schlechteste Film. Ein paar Sachen, die ein bisschen unstimmig sind, aber die haben echt teilweise gute Jumpscares. Und die Interaktion zwischen den beiden Schauspielern ist auch richtig gut. Also von daher muss ich sagen, ist der Film auf jeden Fall ein Kinoticket wert. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann gebt mir doch ein Like und ein Abo. Und schaut auch mal in der Videobeschreibung, da gibt es ein paar interessante Links, da könnte für den einen oder anderen für euch was dabei sein. Wenn ihr euch da was holt oder anmeldet, kriege ich eine kleine Provision, durch die ich meinen Kanal noch besser aufwerten kann. Ja, das war es mit der Filmbewertung zu 65 bzw. 65. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.